So ihr Schweine, bin ich wieder, so, verretten, lassen sie mich verretten. Ja was denn? Hast du doch gelebt? Ja natürlich, hast du doch geschafft. Der Francis ist doch wieder gelebt. Francis ist gestorben. Ja echt? Hat ihr mal Gedanken über Francis? War der echt tot? Ja. Oh, Francis ist so sehr leid, dass ich mich wieder nach vorne gedrängt habe. Are you wearing your face mask? Da guck mal hervor. Are you wearing your face mask? Nee, grad nicht. Ja. Freeboard Checklist. I'm wearing the face mask. Die hab ich immer noch nicht. 3, 2, 1. Los. Ja, geh vor, du Opfer. Opfer. Ich Opfer, ich. Fleischschild. Fürs Team. Da, Flugzeug. Da hinten, Flugzeug. Stützt wieder ab. Sie, kommt, das kommt auf uns zu. Das kommt auf uns zu. Ähm. Äh. 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 Ähm. 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 Das liegt nicht mehr. Das ist glaub ich, das ist glaub ich, das ist glaub ich kaputt. Boah. Das glaub ich putt. Äh, freuen die sich alle. Boah. Boah. Ein Flugzeug, ich hab gestoßt. Punktruf annehmen. Bisschen wir wieder hier. Nimm das Funkgerät, wir müssen reden, ist das ne Frau? Äh. 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 Äh, wir müssen auch hier legen Medikids, aber. Oh, hier legen, hier legen Medikids. Ja, es sieht sehr nach Ende aus. Jo. Wo, wo Medikids? Direkter Funkgerät. Ah, super. Oh, hier gibt es Selbstversammlage. Aber Munition fände ich jetzt erstmal. Und Mollis. Ja. Und Muni. Wo ist Muni? Ah, da ist Muni. Okay. Munition! Genau. War mal gut. Ich bin, äh, eine Gatlin. Nimmst du noch, Jo? Der ist noch da. Nee, ich meinte hier der Typ, der da in der Ecke saß. Achso. Äh, das ist ein Zombie. Wir sollen jemanden voll tanken. Ja. Womit? Soll ich, äh, Funkgerät annehmen? Ja. Dann machen wir jetzt mal mal. Also sind wir alle aufgelevelt hier? Ah, da müssen wir eine Tanker sein. Haben wir alle Medikids? Äh, wir auch. Äh, ich hab einen Molli. Hier liegt noch ein Medikids. Jeder hat eins. Jeder hat eins. Jeder hat eins. Das sieht doch gut aus, ne? Ja, das schaffen wir auf dem Anni-Blobing. Ach, Monition! Gar kein Thema. Ich nehm die Pillen. Ich nehm die Pillen. Dann nimm mal hier. Nega. Also hier, äh, Starkreformentäter meine ich. Entschuldigung. Ah, was, 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 was? Hä, was? Tanken muss ich bringen uns... Guck mal, mich... Eißt du denn sogar schon, der Liegner? Die Kanister dabei zu tanken. Ich glaub... Ey, da fliegt der nicht ganz weit mit, glaub ich. Ne. Ah, hier, ich mach die Pumpe an, ne? Ja, mach mal die Pumpe an, so. So, also, er tankt jetzt, ne? Also, ah, hier, das Flugzeug ist einfach, wa? Ah, ok, ja. Wo müssen wir einsteigen? Tja, nachher. Also, irgendwo geht die Klappe auf, schätze ich mal. Ja. Boah! Hat der dich weggenäbelt, ey? Ich geh an die, ich geh mir an die Schuss... ...Gerät. An der Gerät? Ja. An der Gerät? An der Gerät? Ja. An der Gerät? An der Gerät schläft mich. Oh, Boomer! Hab ich schon. Ui, ich hab Boomer gefühlt. Könnt ihr so ein bisschen hinter mir aufpassen? Naja, das war ich nämlich gerade. Oh, Jockey. Oh, Jockey hat mich. Ich guck mal nach rechts hin. Oh, eh. Oh, eh. Oh, eh. Oh, eh. Kommst's klar? Ne, oh, eh. Oh, eh. Oh, eh. Oh, eh. Oh, eh. Stress. Was ist denn das? Was ist denn das? Aber irgendwie? Soll ich was machen? Nö, das kommt der Wir müssen machen. Wir haben vielleicht nicht auf nem Schlauch stehen. Alter, Hilfe. Was machen da, ey? Ach, nein, nein, ey. Von hinten kommen die Ohr. Ach, ja. Von hinten kommen die Ohr. Gibt sich hier nur mit dem besonderen Zombies ab, was? Ach, ja. doch bis jetzt als reihe mehr möchte aber das war das was er sie haben er vor allem ist das auch mit dem bestimmte mir weil ich finde immer ich finde die Sicherheit ich habe ein paar im Tank und Weg Ich muss mal nachladen. Bitte Bill. Oh, Paddy. Na, hier, da. Dann kommt sie. Nein, Boomer. Nein. War ich jetzt richtig? Nee, hab ich falsch gehört. Nee, Boomer war da und hab mich angekotzt. Also, na. Das geht jetzt auf Milch, die nächste Party. Die aber gar nicht kommt. Na, komm, ey. Nein, meine Güte. Alter. Mann, ey. Boah, wie lange geht denn das noch? Ah, scheiße. Ich bin nicht alle gut. Mö, m. Ja, 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 ja. Ja! Ja, aber... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. hier ich hätte nichts doch ein tank also das ding tanken du musst mal eine woche was der tankt denn? komm, krieg ich! da! dann trifft er mich natürlich aber die rechte Mausten, dann macht er auch weg ja komm, kein thema! geht's ja auch gleich mal los oh, wir können in den flieger wo denn? hinten, hinten, hinten geht auf das war relativ unspannend, oder? ja, falls ihr es schaffen solltet Franzis, halt dir erstmal noch eine Ruhe da hinten schön hör die Ruhe weg hä? kein thema! easy! gg! voll schwer ey! gar kein thema! jahrelange erfahrung ja, ist aber sehr laut ja, übersteuert auch dezent, war ich auch ganz leicht! so kratzel-kratzel! ja, alle sogar! ja! hab mich das mal nicht liegen lassen! du hast vorhin auch überlebt! ja, also nur ne Stunde war gebraucht! voll schnell! das geht, Alter! diese todesfälle! null 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 und dann Franzis! ja gut, ist ja gut jetzt! Verbrauchte Schmerzmittel Rauerbomben Molotow Geile Behälter Na, Kampfkills Oh nein Ja Gewöhnliche Unter den meisten Schaden erlitten Aber das wo liegt Keine Ahnung Du hast es überlebt Ich hab überlebt, das stimmt aller nix Guck mal Der CPU, wo 44% Schussgenauigkeit Und ich in meiner Schrote Wir rotzen nur rum Oh mein Gott Eine Gedenkminute an die Zombies So traurig Okay, das war's Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao